Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Feuerwehrrecht. Mein Name ist Markus Kort, ich bin Rechtsanwalt und Feuerwehrmann und heute gibt es das erste Video im neuen Studio-Setting. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie es euch gefällt. Florian vom Kanal Feuerwehrleben hat ein sehr interessantes Thema aufgegriffen in seinem Video, in dem er der Frage nachgeht, ob man ganz nach amerikanischem Vorbild, auch in Deutschland, einfach ein Auto, was vor einem Überflöderrand parkt, dort die Scheiben einschlagen darf und den Schlauch quer durchs Auto legen darf. Das ist natürlich eine Frage der Verhältnismäßigkeit und dem Thema gehen wir in diesem Video mal etwas genauer nach. Florians rechtliche Einschätzung hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit teile ich voll und ganz. In diesem Video soll es jedoch nicht nur um die einfache Verantwortung der Frage gehen, ist das jetzt im konkreten Fall erlaubt oder nicht, sondern wir wollen etwas tiefer in die Materie einsteigen, damit ihr im Einsatzfall auch alle möglichen Fälle, die euch treffen können, lösen könnt. Schaut euch aber am besten zunächst erstmal das Video an. Den Link zu Florians Kanal Feuerwehrleben und zum konkreten Video findet ihr unten in der Videobeschreibung. Kurz zusammengefasst lautet die Antwort, ja, man darf tatsächlich unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit auch Scheiben einschlagen von einem Fahrzeug, um einen Schlauch da durchzulegen. Aber, jetzt kommt das leider etwas größere, aber in aller Regel, und damit sind wohl 99,9% der Fälle erfasst, muss man das alles unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit machen und deswegen geht es dann in der Praxis doch nicht. Es scheitert also daran, dass das Scheibe einschlagen und den Schlauch durchs Auto legen einfach nicht verhältnismäßig ist, aus dem ganz einfachen Grund, weil ihr habt wohl in mir keinem denkbaren Fall einen Geschwindigkeitsvorteil, wenn ihr erst die Scheiben einschlagt, den Schlauch durchs Auto durchlegt, anstelle einfach den Schlauch über die Motorhaube zu legen am Auto vorbei oder wie auch sonst ihr den verlegt, aber zumindest nicht durchs Auto durch. Aber wo genau sind denn jetzt in diesen Fällen überhaupt die Grenzen? Ganz genau kann ich es euch natürlich nicht sagen, dass es sich immer um einen Einzelfall handelt. Aber den einen oder anderen Hinweis, wie ihr in der Praxis mit solchen Fällen umgehen könnt, wenn ihr euch nicht sicher seid, den kann ich euch mit diesem Video geben. Wann immer ihr im Einsatz etwas nämlich vorsätzlich, also absichtlich kaputt macht, stellt sich immer die Frage, ob ihr dies rechtmäßig getan habt. Wenn es nicht rechtmäßig war, dann könnt ihr euch eventuell sogar wegen einer Sachbeschädigung strafbar machen, aber in jedem Fall können durch euer Verhalten, kann die Gemeinde dadurch schadenssatzpflichtig werden oder im allerschlimmsten Fall sogar ihr selbst dadurch euch schadenssatzpflichtig machen. Aber das ist ein Thema für ein ganz anderes Video. Gehen wir einfach mal davon aus, ein privater Heimraummeldung hat ausgelöst. Es handelt sich um eine kleine, gut von außen einzusehende Wohnung im Erdgeschoss. Vor eurem Eintreffen sagt euch ein Nachbar, er wisstet ganz genau, dass die dort wohnte Familie im Urlaub sei, er gießt da die Blumen und hat auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Begründung, warum er ganz sicher weiß, dass dort niemand zu Hause ist. Er hat auch einen Schlüssel, das bietet ihr euch auch an. Er kann kurz nach Hause gehen, er wohnt im Haus gegenüber, dauert circa drei Minuten und er kann euch den Schlüssel zur Wohnung geben, sodass ihr die Wohnungstüre nicht aufbrechen müsst. Von außen sieht ihr jetzt keinen Rauch und auch kein Feuer, aber dennoch entscheidet ihr euch, ihr dreht die Tür ein, um schnellstmöglich in die Wohnung vorzudrehen und dort zu überprüfen, ob es brennt oder ob es sich um einen Fehlalarm handelt. Ja, was macht ihr jetzt? Also ganz schulmäßig muss man die Verhältnismäßigkeit immer in vier Schritten prüfen. Bei den ersten drei Schritten, da solltet ihr euch tatsächlich auch keine Fehler erlauben, weil das ist eher schlecht. Um es ganz einfach auszudrücken, wenn ihr bei dem vierten Prüfungsschritt etwas anders macht, als es vielleicht jemand anderes machen würde, da geht es ein bisschen um die Abwägung, dann ist das immer eine individuelle Entscheidung und da können auch Meinungen schon mal voneinander abweichen. Aber klar, das letzte Wort hat in solchen Fällen immer ein Gericht, was im Endeffekt entscheidet, ist es verhältnismäßig gewesen oder nicht. Aber gehen wir die einzelnen vier Schritte doch einfach mal durch. Der erste Prüfungsschritt ist das sogenannte legitime Ziel. Es wird also immer gefragt, ob man überhaupt ein legitimes Ziel verfolgt. Dies ist hier natürlich eindeutig zu bejahen, da ihr nachsehen wollt, ob es in der Wohnung wirklich brennt. Das heißt, ihr handelt innerhalb eurer Zuständigkeit und verfolgt ein rechtlich gewünschtes oder zumindest nicht missbilligtes Ziel. Der zweite Prüfungsschritt ist die sogenannte Geeignetheit. Hier prüft man, ob das Mittel überhaupt zum Ziel führen kann. Auch das stellt hier natürlich überhaupt kein Problem dar, denn natürlich kommt man, nachdem man die Tür aufgebrochen hat, auch in die Wohnung rein. Hier werden also nur ganz abstruse Sachen herausgefiltert, mit denen man überhaupt nicht physisch ein Ziel erreichen könnte oder wirklich etwas versucht, was eigentlich nicht zum Ziel führen kann. Der dritte Prüfungspunkt ist die Erforderlichkeit. Die liegt immer dann vor, wenn kein milderes Mittel zur Zweckerreichung in Frage kommt oder mildere Mittel zur Zweckerreichung jedenfalls nicht gleich geeignet sind. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass es eine alte Wohnungstür war, die man mit wenigen Tritten auch eintreten konnte. Dann war es natürlich wesentlich schneller, als auf den Nachbarn drei Minuten mit dem Schlüssel warten zu müssen, bis er den Schlüssel geholt hat, euch übergeben hat, jedem Anrissgruppe den gebt und dann tatsächlich geöffnet werden kann. Aber das Abwarten ist natürlich nicht gleich geeignet wie das Eintreten der Tür, weil man hat einfach einen Zeitverzug drin. Das heißt, auch die Erforderlichkeit, hier tatsächlich die Tür gewaltsam aufzubrechen, ist auch immer noch gegeben und wir fliegen an dieser Stelle immer noch nicht aus der Prüfung der Verhältnismäßigkeit raus. Wie ihr euch jetzt natürlich sicherlich schon vorstellen könnt, liegt die ganze Problematik im vierten und letzten Prüfungsschritt. Das ist jetzt die Angemessenheit. In der Angemessenheit prüft man das sogenannte Prinzip, dass man nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen darf. Und das habt ihr mit Sicherheit auf dem einen oder anderen Lehrgang schon mal gehört, aber ich bin mir auch sicher, dass die meisten, die jetzt keine Verwaltungslehre oder Jura studiert haben, nicht viel mehr darüber wissen als diesen lapidaren Satz, man darf halt eben nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Und das reicht halt im Einsatz dann doch öfter mal nicht aus, wenn man nicht mehr darüber weiß und von daher gucken wir uns hier nochmal die Angemessenheit ein bisschen an. Juristisch drückt man das Ganze aus, man muss die Schwere des Grundrechtseingriffs mit dem Nutzen des verfolgten Zwecks abwägen und die Angemessenheit ist immer dann gewahrt, wenn der Grundrechtseingriff nicht außer Verhältnis zum verfolgten Zweck steht. Das hört sich jetzt unwahrscheinlich kompliziert an, aber ich hoffe, ich kann es jetzt hier nochmal etwas einfacher erklären. Hier geht es jetzt übrigens nicht um die Unverletzlichkeit der Wohnung, weil so oder so gehen wir hier in die Wohnung rein, entweder mit dem Schlüssel oder mit Gewalt. Also das Thema Unverletzlichkeit der Wohnung ist mir nicht Gegenstand dieses Videos. Wir machen auf jeden Fall nochmal ein separates Video zu der Frage, weil das ist etwas, was aus meiner Einschätzung nach am laufenden Band in Deutschland nicht immer richtig gehandhabt wird von den Vorherwerden und Wohnungstüren viel zu schnell geöffnet werden, obwohl es eigentlich keinen guten Grund dafür gibt. Aber wie gesagt, hier geht es jetzt um die Sachbeschädigung an der Wohnungstür und nicht um die Unverletzlichkeit der Wohnung. Die Wohnungstür würden wir ja komplett intakt lassen, wenn wir nur kurz auf den Schlüssel warten würden. Jetzt ist der Fall hier natürlich extra so gestrickt, dass es ganz eindeutig auf die Angemessenheit hinausläuft, dass diese nicht gewahrt wäre, wenn wir die wirklich die Tür gewaltsam öffnen würden. Es handelt sich zwar um eine alte Tür, aber das ist auch in dem Beispielsfall, den ich jetzt hier gerade gebracht habe, das einzige Argument, was man wirklich hätte, dass es nicht ganz so schlimm wäre, die Tür aufzubrechen, also nicht ganz so teuer wäre, die Tür aufzubrechen, anstelle auf den Schlüssel zu warten. Alle anderen Argumente in dem kleinen Beispielsfall jetzt hier sprechen eigentlich für ein Abwarten auf den Wohnungsschlüssel. Jetzt befinden sich sehr sicher keine Menschen mehr in der Wohnung. Von außen kann man weder Rauch noch Feuer wahrnehmen und es handelt sich nur um eine Zeitverzögerung von vielleicht drei Minuten, bis er mit dem Schlüssel auch die Tür eröffnen kann. Und diese drei Minuten, die kann man ja tatsächlich auch nutzen. Man muss ja nicht untätig herumstehen. Man kann schon mal eine Angriffstruppe in Stellung bringen. Man kann weitere Maßnahmen vorbereiten, etc. Also wenn ihr jetzt auch im Einsatz mal vor der Frage der Verhältnismäßigkeit steht, dann denkt am besten einfach mal ganz kurz nach. Verfolge ich ein legitimes Ziel? Das ist meist unproblematisch, solange wir hier in der Zuständigkeit der Feuerwehr handeln. An der Geheignetheit der Mittel sollte es wohl nie scheitern, es sei denn, ihr versucht wirklich etwas völlig Unmögliches, arbeitet gegen die Physik und das macht ihr in der Regel ja auch nicht. Bei der Erforderlichkeit denkt noch einmal ganz kurz darüber nach, ob es nicht doch irgendwo ein weniger einschneidendes Mittel gibt, mit dem ihr weniger beschädigt oder zerstört. Instinktiv kommt man beim drüber nachdenken, auch bei der Angemessenheit, übrigens meist zum richtigen Ergebnis. Das Wichtige ist halt nur, dass man einmal kurz drüber nachdenkt und vielleicht kurz abwägt. Aber natürlich ist die Angemessenheit immer eine Abwägung, die jeder individuell entscheidet. Hier gibt es häufig deswegen auch, zumindest im Einsatz, kein richtig und kein falsch. Natürlich, wenn ein Gericht hinterher entscheidet, wird der Richter sagen, es war angemessen oder es war nicht angemessen, also verhältnismäßig oder nicht verhältnismäßig. Das war jetzt natürlich hier im Beispielsfall recht eindeutig. Aber tauschen wir einigen dieser Details aus, dann wird es schon wieder ganz, ganz anders aussehen. Wie hättet ihr zum Beispiel entschieden, wenn der anwesende Nachbar zwei Straßen weiter wohnen würde und der zehn Minuten brauchen würde, um den Schlüssel zu holen und dann euch zu übergeben, damit ihr in die Wohnung reinsehen könnt? Oder was ist, wenn die Wohnung nicht von außen einsehbar, sondern im dritten Obergeschoss gewesen wäre? Ihr seht schon, die kleinen Details machen, wie so häufig, dann doch einen großen Unterschied. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet noch etwas Neues mitnehmen, was ihr bisher nicht wusstet. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Prof. Vielen Dank.